Da bin ich wieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Kompakt TV. Was für eine Woche! Silvio Berlusconi ist gestorben. Die politische Welt hat damit wieder einen Duft verloren. Naja, vielleicht doch lieber einen kleinen Gestank. Aber dazu komme ich noch. Zunächst Intro. Filzminister Habichs, Heizungshammer, kommt! Naja, erstmal Gott sei Dank nur als Debattenfutter in den demokratischen Schweinestall. Ach und wie hat der grüne Oberfilzer argumentiert? Wie wichtig es sei, dieses Heizungsgesetz an den Start zu bringen. Und gesagt hat er aber nur, dass die anderen viel zu lange gewartet haben und er nun endlich voran wolle, den deutschen Häuslebauern den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Den finanziellen zumindest. Wie immer nur dümmliches Geschwafel eines Kinderbuchautoren ohne sonstige Fähigkeiten. Und eine Frage, ist kriminelle Energie eine Qualifikation? Fachkräftemäßig meine ich, das würde ja dann eigentlich zum Filzminister passen. Und dann Silvio Berlusconi, der ehemalige italienische Bunga-Bunga-Präsident, ist hin! Sie wissen schon, Silvio Berlusconi? Das ist doch der, der die Angie beim Staatsbesuch zur Begrüßung hat links liegen lassen, als er aus seinem Auto stieg, um erstmal zu Ende telefonieren zu können, bevor er sich dann von Angie die Hand schütteln ließ. Das war so respektlos! Der Tod Berlusconi ist überrascht nicht, wirft aber viele Fragen auf, nicht wahr? Zum Beispiel, warum ist der eigentlich nicht schon viel früher gestorben? Der ist ja 86 Jahre alt geworden. Der hätte doch vor Jahren schon abtreten können. Und noch viel wichtiger, die Frage, was passiert nun eigentlich mit der Seele des Verstorbenen? Ich meine, besonders groß scheint die Seele von Berlusconi ja nicht gewesen zu sein. Der hatte ja doch eher irdische Gelüste, nicht wahr? Heißt das jetzt also, dass er seine Bunga-Bunga-Partys im Himmel feiern darf oder dass er wohl doch lieber im Fegefeuer Hitzewellen haben wird? Ich meine, ist ja bloß meine Meinung, aber ich denke schon, dass man ziemlich kriminell sein muss, um es als Politiker zu etwas zu bringen. Tja, und da wird der liebe Gott den Berlusconi wohl nicht haben wollen, denke ich. Und also wird er wohl dahin kommen, wo auch Olaf und Robert und diese unsägliche Ricky lang nicht in den Spiegel geschauend der einst ihr ewiges Dasein fristen werden müssen. Und da, wo die wahrscheinlich alle landen, da ist nichts mehr mit Party, Party, Party. Die werden da bestimmt auf einen Spieß gesteckt und über einen ewigen Grillfeuer geröstet und gedreht. Und am Ende fragt irgendein Teufel einen Dämonen, nachdem er den Silvio Berlusconi oder den bescholzten Olaf in ein Dönerbrot gesteckt hat, ob da noch Chili-Soße drauf soll. So sieht es nämlich aus. Aber, liebe Freunde, noch ist nicht alles verloren. Ich bin raus aus der Nummer und wünsche erstmal noch ein seelenfreies Wochenende. Ich bin raus aus der Nummer und wünsche erstmal ein seelenfreies Wochenende.